So, jetzt kommt der Lion! Jetzt kommt der Lion! Jetzt kommt der Lion! Kann man dich da oben liegen? Hab ich! Hat der auch noch mal drei rausgehauen, oder? Nee, nicht schlecht. Ich würde ihn auch nehmen. Ah, aber jetzt verpasst er. Jetzt kommt das Finale! Ja! Finale! Oh! Finale! Oh! mann zwar das bitte mitDer ab warte wir machen Machen mal eben dem an Michael wie geht der an ich nehme mir auch alles auf ich mache eben dass die stimmung nicht um machen sie dann bitte wenn sie nicht getrunken haben machen sie dann bitte wenn sie nicht getrunken haben leute macht das nicht wenn ihr getrunken habt wir sind zwar kein guter beispiel jetzt aber egal da kommt der mr lion mr mr das ist gar nichts mehr da von den bösen löwen jetzt kommen wir langsam an den kern an den kern des punktes 8 Feuer? 80 Euro, ab in die Luft damit! Was ist das? Brat! Brat! Das ist das, was du hast, oder? Ja. Der ganze Boden vibriert, ne? Let's get up! Ja, da war es aber noch nicht, oder? Leider ja.